Der T-Rex 450 Plus DFC Das coole an dem Modell ist, dass hier jetzt das erste Mal das 3G XMR Flyballist System drin ist, das sich direkt an die Futaba Sender mit SFHSS System anbinden lässt. Das heißt kein separater Empfänger, kein nichts, sondern einfach Sender programmieren, fliegen gehen. Der T-Rex 450 Plus DFC 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020